Meine Unverwundbaren sind wir nicht und wir werden es nie sein, aber der Traum davon ist natürlich super. Ich träume davon immer, ich bin so cool, wir können nicht alle, aber sind wir nicht. Es gibt Dinge im Leben, die begegnen uns, mit denen müssen wir klarkommen, da gibt es keinen Weg raus, das müssen wir in der Birne und im Herz verarbeiten. Ich habe 1994 mal einen Song geschrieben und ich glaube, es ist eine der schönsten Balladen, die ich je geschrieben habe, weil, ich weiß auch nicht, irgendwie, dass ich für mich in der Zeit auch so ein Rettungsanker, so ein Fallschirm war und ihr kennt ihn alle. Im Himmel geht es weiter. Ich hoffe, dass es so ist. Wir haben tausendmal gelacht und keinen Augenblick bereit. Wir hatten auch so viel gemeinsam. Ja, wir hatten unsere Zeit und ich weiß, dass du da wartest. Und ich freue mich auf dich. Du wirst uns viel nicht fehlen, aber ändern kann ich's nicht. Es wird nur noch dauern, bis wir uns da sehen. Aber Zeit ist ja für dich kein Problem. Ich hoffe, dass wir uns da sehen, dass wir uns da sehen.